So, da wären wir wieder. Ähm... Wir haben den Tank hier. Ach ja, stimmt. So, wie schlage ich zu? So schlage ich zu. So ist leichter Schlag. Okay, gut. So ist zielen. Alles klar. Wir haben am letzten Mal... Genau. Wir mussten hier eine Brücke ausfahren. Hatten wir das letzte Mal nicht schon gemacht? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Waren wir da nicht schon? Naja. Gucken wir mal. Hinauf. So. Und ich hoffe, das klappt jetzt mit der Aufnahme. Beim letzten Mal war ein bisschen ein Echo drin. Doch, das kennen wir doch. Da kommt doch jemand jetzt. Oh ja. Ja, 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 ja. Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Das hatten wir doch schon mal gesehen, oder? Wo habe ich denn aufgehört zu spielen? Ich weiß es gar nicht mehr. Die Dinger geben einfach nicht auf. Entschuldigung. Ja. Das stinkt auf jeden Fall. Ach ja. Stimmt. Mein Gott, warte mal eben. So, kurz geräuspert. Hatte ein Frosch im Alz. Genau. Ja, hier haben wir aufgehört beim letzten Mal. Ich entsinne mich. Und hier hinten lag was. Genau. So, hier waren die Credits am liegen. Genau. Zweimal sogar. Gucken wir mal so. Gut. Dann gehe ich eben hier lang. Ja. Müssen wir ja wohl. Hast du noch mal eine Taschenlampe? Das wäre ganz nett. Ganz schön gruselig, der Gang. Okay. Dann werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht lange alleine sind. Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Äh, was? Torventil wird geöffnet? Oh nein. Oh. Oh nein. Äh, was? Oh nein, das kenne ich noch von früher. Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Oh Gott. Äh. Hui. Hua. Oh Gott. Hua. Hua. Einmal außen, bitte. Hui. Oh Gott. Geil. Wasserrutsche. Ja. Äh. Das ist nicht sehr gut. Hua. Hua. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hua. Hua. Ich sehe nichts. Äh. Oh nein. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Gottes Willen. Oh Gott. Er hat gespeichert. Hua. Ich will nicht mehr rutschen. Hua. Äh. Äh. Ihh. Äh. Äh. Quicktime Events. Ich hasse. Ihh. Ich hasse Quicktime Events. Nein, 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 nein. Hui! Äh. Oh nein. Geh verdammt noch mal weg. Geh verdammt noch mal weg von mir, Mann. Du kleiner Scheißer. So. War das eine Achterbahnfahrt? Ich glaub's ja wohl. Gottes Willen. Gott, was müssen wir jetzt stinken? Ahahaha. Aua, aua. Ii. Jo. Bin ich ganz bei dir. So, ohne Paddel. Und first try, ne? Will ich nur mal sagen. So, ohne Paddel. Ohne Paddel. Da muss ich nicht hoch, oder? Wo muss ich denn hin? Erstmal brauche ich eine Dusche. Oh, da liegen Credits. Oh doch, man kann hier hoch. Jo, die nehm ich mit. Wie konnte man denn nochmal stampfen? Ah ja, Dreieck, ne? Genau. Muss ich nochmal im Kopf kriegen. So. Bin ich ja wahrscheinlich wieder runter. Oh. So. Spiel speichert. Ist nie ein gutes Zeichen bei solchen Spielen. So, warte. Was steht da? School? Ne. Shot. The. Ten. Tasty. Keine Ahnung. Sehr detailliert alles hier. So. Spritze. Inventar ist voll. Das kann doch gar nicht sein. Äh. Wie war unser Inventar nochmal? Mit welcher Taste? Nein. Nein. Mit welcher Taste öffne ich das Inventar nochmal? Also nach oben. Doch, tatsächlich. Ist voll. Ich glaub's ja wohl. Oh Gott. Wie nutze ich denn nochmal diesen Handschuh? Ich weiß nicht mehr, wie man den Handschuh nutzt. Diese Musik. Oh nein. Äh. Was zur Hölle? Guck mal, der hält die Hand davor. Was ist mit dem? Der wollte sich verwandeln. Äh. Nein. Nein. Der wollte sich verwandeln, der Drecksack. Aua. Hör auf damit. Äh. Nein. 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 Wir können jetzt 360 Grad gucken. Alter Schwede. Krass. Ja, es ging ja doch schneller als gedacht, ne? Inventar voll. Ich geb dir gleich Inventar voll. Haben wir nachgeladen? Die Flinte ist, glaub ich, ganz gut, ne? Können wir jetzt mal gut nutzen. Wie wechsle ich denn nochmal? Man konnte irgendwie wechseln. Ah, so. Okay. Alles klar. Wir werden ein paar Mal sterben. So ist es nicht. Oh nein. Oh doch. Du weißt ganz genau, was das ist. Was hat er denn? Ah, ich bin da. Moment. Das wird nix. Das wird nix, wenn es weiter geht. Ich müsste mich mal heilen. Wie heile ich mich? So, okay. Ah, los. Weg mit dir, Junge. Verwandelst du dich? Ach, da kommen noch mehr. Natürlich. Warum denn nicht? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Neue Runde, neue Reise. Schubst mich doch nicht weg, Mann. Junge, Junge, Junge. Was ist denn mit dir? Oh, der zappelt noch. War's das jetzt? Kann ich mich nochmal heilen? Ich hab nichts zum Heilen, ne? Wollte ich nochmal erwähnt haben. Das war die letzte Spritze, die ich genommen hab. Das ist sehr supi. Ja, ich hab noch mal sicher hier. Gott, diese Musik. Hö! Was ist mit dir? Ja, schmeiß mich doch mal um die Ecke. Die Flinte ist es. Die Flinte ist es auf jeden Fall. So viel kann man schon mal sagen. So. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas zum Heilen. So viel steht schon mal fest. Denn, ähm, ja. Gut. Es geht weiter. Äh, so. Das kann ich nicht kaputt treten. Mann, oh. Warum geht das denn nicht? Och, Mann. So. Das geht nicht. Aber das geht. So, Wartung. F 815. Ich hab jetzt überhaupt gar keinen Schimmer, wo wir jetzt überhaupt noch hin sollten. Was unsere Aufgabe war. Hier können wir eine Tür aufmachen. Das sieht... Ah, ich hasse das. Aber da geht's ja auch noch irgendwo lang. Ich guck erstmal hier. Habitatskuppel. Ich glaub, da müssen wir hin, oder? Ich hab jetzt Angst, wenn wir hier reingehen, dass die nicht wieder aufgeht. Das wäre so ärgerlich. Credits... Und Leben. Sehr schön. War ein Energieriegel, ne? Ja. Haben die Zeichen irgendwas zu bedeuten? Lager. Hier ist eine Werkbank. Da oben ist eine Kiste. Wie kommen wir da dran? Wie kann ich denn nochmal diesen Handschuh benutzen? Ah, mit X. Alles klar. Okay. Ich musste mal ein bisschen ausprobieren. Wenn man jetzt länger nicht gespielt hat. Schon ein Weilchen her für mich. So. Puh, wie das hier aussieht. Wir kriegen bestimmt Gesellschaft. Okay, was ist das hier? Den können wir verschieben. Wohin? Wofür? Oder wohin sollten wir den verschieben, vor allen Dingen? Oder müssen wir den einfach nur aus der Ecke schieben? Dass wir dann irgendwo da dran kommen? Ich guck mal. Ah, da ist ein Loch in der Wand. Na, guck mal an. Das ist ja interessant. Wir kommen hier auf jeden Fall wieder zurück. Das sind ja nur offene Gänge. Na, hallo? Wo sind wir denn da? Nein, wir kommen nicht mehr zurück. Scheiße. Ah, jetzt ärgere ich mich. Jetzt ärgere ich mich so abgrundtief. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas bei Spielen. Wenn du nicht mehr zurückkommst. Das ärgert mich so hart. Oh Gott, ärgert mich das. Wo sind wir denn hier? Hallo? Helm tragen ist wichtig. Das sieht ja auch alles sehr lecker aus hier. Was ist das denn da? Die Dinger kenne ich doch noch, ne? Lad mal nach. War das nicht die, die nach einem Greifen oder so? Äh, was ist das denn für eine Suppe? Ihhh. Äh. Ih, wo bin ich denn hier? Wie kann sich das denn so ausbreiten alles so schnell? Äh. Ich geh auf Nummer sicher. Das ist mir. Das kann doch nicht sein hier alles. Das kann doch nicht so schnell sich ausbreiten. Wie lange waren wir denn bewusstlos, bitte? Nein, ich will ja nicht lang. Mann, nein. Ich wollte da erst gucken. Geh zurück, bitte. Hm. Wie, wie schnell breitet sich das denn alles aus? Das kann doch nicht so, so lange her sein und so. Oder bist du mir da lang? Oh, ich hasse das. Ich hasse das bei Spielen. Ich hasse das, wenn es tausend Wege gibt und du nachher nicht weißt, wo du hinkommst, hingelangst und so. Okay, den Spinn kriegen wir nicht offen. Alles klar. Puh, aber Gott sei Dank war das nur ein Spinn. Ich frage mich, ob es hier so Art Bosskämpfe gibt. Was ist, man irgendwie gegen so ein Riesenvieh kämpfen muss? Das ist alles sehr lecker. Das sieht echt komisch aus. Alles. Sehr, sehr komisch. Wir sollten ihr schleunigst weg. Natürlich. Es war so klar. Das war ja völlig unfair. Wie soll ich denn da bitte... Inventar voll? Ernsthaft? Sind wir so sparsam? Sag mal. Da konnte ich ja gar nicht ausweichen. Der ist hochgeklettert und hat es direkt angegriffen. Da konnte man ja gar nicht ausweichen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach so. Ach, guck mal einer an. Okay, spiel. Ich nehme alles wieder zurück. Was ich gesagt habe. Aber wir werden jetzt bestimmt hier Gesellschaft kriegen, ne? Oder? Gut, dann kommen wir jetzt zur Habitatskuppel H600. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich bin sehr gespannt. Wow. Wow. Was für ein Anblick. Cool. F6 Bahnstation. Aha. Ach, du heilige. Sauerstoffvorbereitung. Gut, 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 gut. Ach, das ist ein Fahrstuhl. Ich hab's geschafft. Hörst du mich? Klar und deutlich, Mann. Und gutes Timing. Bin auch gleich da. Ich sehe die Bahnstation auf der anderen Seite. Wir treffen uns dort. Nicht so schnell. Siehst du das Gebäude? Sauerstoffverarbeitung? Ja. Da drin ist eine Sicherheitsstation. Du musst da rein und die Abriegelung der Kuppel aufheben. Vorher kann ich die Bahn nicht reinfahren. Oh. Ich dachte mir schon, dass da noch was kommt. Toll. Es war so klar. Liegt hier noch irgendwas? Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir einfach zur Bahnstation spazieren. Hier ist doch irgendwas, oder? Oder ist das ein Radio? Sieht aus wie ein Radio. Okay.